Scheiße! Hahaha! Wie wieso die Raketen an den Kopf und Baller? Tschüss! Jo! Ich hab dich gesehen! Titanenbereit! Geil! So, Attacke! Los, komm, gib mir meinen Titanen! Oh fuck, wo ist der denn ganz? Und rein da! Ich find das gut! Ja, wa? Freut mich auch sehr! Jetzt muss ich mal eben gucken, wo es hier überhaupt lang geht. Ich denke mal die Richtung hier ist nicht verkehrt. Ah, haben wir Spawnflipper. Du, 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 du... Du, 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 du... Warnung! Faktische Piloten greifen an! Ihr habt keine Chance, das wird ein klarer Licht für uns! Gute Arbeit geht uns! Warnung! Faktische Piloten greifen an! Tännen! Faktische Piloten! Warnung! Tännen! Okay! K HP-1 Das ist sicher! Die habe ich ganz schön auf die Mütze gekriegt. gesprungen freundpilot attriggiert ziel mit rodeo manöver so aber wir werden jetzt mal die mucke im hintergrund anschalten song requests wird dann auch wieder aktiviert so und attacke wir sind es vorne wieso läuft die musik nicht da geht der rohnen ab wir o ich in bl 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 Ich glaube so passt das auf jeden Fall. Ich habe sie voll ins Gesicht gekriegt. und da ist er geil kann ich mich gar nicht daran satt sehen zumindest jetzt noch nicht fuck das ist scheiße das ist material schaden glaube ich es 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Das ist gerade ungünstig Alter Der geht gerade richtig ab Heftig Der geht gerade richtig ab Das ist gar kein Gegner Das ist unser Wir gucken, ob wir den noch kriegen Wir gucken, ob wir den noch nie Wir gucken, ob wir den noch nie Boah, fuck. Botanator. Achso, Song Request über meinen Bot habe ich gar nicht eingeschaltet. Können auch mal anmachen, boah. Kostet, kosten allerdings Embleme, die ihr fürs Zuschauen kriegt. Alle halbe Stunde ein, jeder Song Request kostet zwei. So, anpassen. Jetzt kann ich mal in Ruhe gucken. Was haben wir hier denn? 100? So, ich möchte mal gucken. Splintergranate finde ich an und fühlen sich ganz gut. Top, Piloten und Planet Titans. Ja, bleiben wir mal dabei. Was haben wir denn hier? Stummgewehre. So. Ich möchte aber gerne die. Wieso kriege ich die nicht? Ah, okay. 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 Das ist ja cool. Was haben wir da? Um, ach, um Gottes Willen. Das, oh Gott. Oh Gott. Das, oh Gott. Okay, Genickbrecher bricht das Genuss des Gegners. So, den Ronin. Den kann ich anscheinend auch noch anpassen. So, Querschläger. Projektile der Bleiwand prallen von Oberflächen ab. Okay, da brauchen wir wieder Credits für Kuppelschild. Okay. Okay, da ist nochmal alles erklärt. Ich denke mal, so werde ich das... Erstmal in der Kopfgeldjagd versuchen, ob die Anfrage abgekommen ist. Ich glaube nicht, Howie. Also hier blinkt zumindest nichts. Store, Spiele, ne, Profil. Wie heißt du denn im Origins-Bereich? Ansonsten schicke ich dir dann meinen Request. Bibi, Elrond. Oh, ja. Jetzt ist das auch angekommen. Musste ich anscheinend selber annehmen. Okay. Hey, das ist ziemlich cool. Okay, wieder Spawnflipper. Okay, Arschloch. Das muss auch echt immer nur Millimeter.